Liebe YouTube-Freunde, Bauerhause auf dem Rapsfeld, massiver Einflug des Rapsglanzkäfers. Jetzt muss ich da spritzen, aber zuerst schaue ich doch noch einmal genau mit der Brille hin. Das ist er, der Rapsglanzkäfer. Der frisst da die Schoten an und die Schoten werden nachher keine Samen machen. Liebe YouTube-Freunde, nachdem ich da Rücksprache genommen habe mit meinem Pflanzenschutzberater, verzichte ich heute auf Glanzkäferbekämpfung im Raps. Der Einflug war nicht so massiv wie angenommen auf meinem Feld. Laut seiner Diagnose werden sich in zwei, drei Tagen stark vermehren und ich werde jetzt jeden Tag mal schauen und spritzen, wenn wirklich das ganze Feld befallen ist mit Glanzkäfer. Darum spritze ich jetzt vorgängig, was ich auch noch nicht gemacht habe, den Winterweizen gegen Unkrauspritze. 0,5 Deziliter Primus die Hektare. Primus ist zur Bekämpfung von Klebern und anderen Unkräutern. Primus der Firma Bayer. Wie gesagt, Otello 1 Liter die Hektare ist zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern in Getreide geeignet. Wieder von der Firma Bayer. Bei meinem intensiv angebauten Winterweizen spritze ich noch CCC Extra von der Firma Omnia aus der Schweiz. Ich fahre 6 Stundenkilometer, 3 Bar Druck und 300 Liter Wasser in Hektare. Ich fahre 6 Stundenkilometer, 2 Meter bis 5 Stundenkilometer. Ich fahre 5 Stundenkilometer, 3 Bar Druck und 3喜 adulte auf die Grupphow aus der Firma Abwechung der Tür. Ich fahre. Wir haben die Gruppen, wir haben das alles in ein, ein ganzes Licht. 2 Wunschungen, lighten oder eins zu einem Abwechung, Auch das ist bührende, kann man hier nicht unter anden,